Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 19.09.2019 um 6.14 Uhr. So spät war ich diese Woche noch nie dran. Ja, es ist Viertel nach 6 oder Viertel 7, Viertel vor halb sieben, Dreiviertel vor um sieben, wie man es nennen möchte, 6.15 Uhr, 5.30 Uhr und 45 Minuten später. Ja, heute ist Donnerstag. Ich bin immer noch ziemlich müde, dieses frühe Aufstehen, man gewöhnt sich dran, aber schön ist es trotzdem nicht. Egal, ich stürze mich gleich ins Büro und werde mich durch den Tag beißen. Michi hat heute schon Freitag, der ist morgen und das ganze Wochenende unterwegs, die fahren weg. Ich habe morgen noch einen Arbeitstag, aber das wird schon entschuldigt werden. Wir müssen morgen spätestens 15.30 Uhr, glaube ich, gehen, weil dann schon der Abgleich gemacht wird, weil dann schon keiner mehr da ist und alle vor ins Wochenende wollen. Und ansonsten, gibt es irgendwas zu erzählen? Ich habe gestern ein bisschen Fallout 76 gestreamt und zusammen mit dem Shy Guy gespielt. Das war sehr witzig. Wir haben zwei, drei sehr lustige Momente gehabt. Die Horden oder Massen an Ghulen im White Springs Golf Club sind immer noch da. Ich habe sie nicht überlebt, aber schei. Und es war echt witzig. Und dann habe ich gestern Abend nach meinem Stream noch bei Buff im Stream abgehangen. Der hat wieder Miss Survival gespielt. Und ich habe nebenbei diese beiden kleinen Kürbissuppen gekocht. Eine Butternut-Kürbissuppe und eine Hokkaido-Kürbissuppe steht jetzt beides im Kühlschrank. Und die Mutter freut sich, glaube ich, schon drauf, davon essen zu können. Die Mama kommt heute irgendwann im Verlauf des Tages in Berlin an. Ich habe sie noch mal dann erinnert, dass sie an den Schlüssel denken muss, weil ich ja auf Arbeit bin. Das heißt, sie muss ja irgendwie in die Wohnung kommen. Und sie ist dann bis voraussichtlich morgen irgendwie hier. Ich bin mir gerade unsicher, ob ihr OP-Termin heute oder morgen ist. Ich war bis gestern noch der Meinung, dass es heute ist. Aber es könnte auch sein, dass es erst morgen ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. We will see you. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich erst mal nicht viel zu erzählen. Das Wochenende ist nah. Ich freue mich schon drauf. Ich sehe aus wie ein Waldschrat, sagt der Benni. Und mit meiner schrumpeligen Haut kann ich keinen Elektrorasierer benutzen. Das Schwein. So schrumpelig ist sie gar nicht. Ich habe einen elektrischen und der funktioniert wunderbar. Ich bin nur ziemlich faul. Und ich finde so waldschratig sieht das gar nicht aus momentan. Na ja, ein bisschen vielleicht, aber was soll's. Ja, wir sehen uns morgen früh beim nächsten täglichen Vlog. Da bin ich vielleicht nicht ganz so laut wegen der Mutter. Die schläft ja im Zimmer weiter. Und morgen Abend, aller Voraussicht nach, spielen wir dann ein wenig Fortnite. Der Herr Sohne, der Herr Mark Sokrar und Icke. Ich freue mich drauf. Also, dann habt einen wunderschönen Donnerstag und habt eine schöne Zeit. Und bis morgen. Ja, das ist es von mir. Tschüss. Ja, ich bin noch so müde. Und jetzt gleich auf dem Rad werde ich wach werden. Unter 10 Grad ist schön kalt, um aufzuwachen. Also, bis dann.